Jetzt kommen wir zum Monterey oder Monterey Turn. Ich sage immer Monterey, ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber ich kriege es ganz schlecht wieder raus bei mir. Monterey besteht aus vier Takten. Ich würde einmal vormachen, bevor wir es zusammen machen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt habe ich ein Viertel gemacht. Das heißt, wir tippen rechts, rechts. Indem wir den zurücknehmen, machen wir eine Viertel drehen rechts, belasten den rechten Fuß, tippen mit dem linken links, setzen den linken nach dem rechten Rang und haben links belastet. Nochmal, sieben, acht. Wir machen tippen, drehen, tippen, rang. Nochmal, sieben, acht. Tippen, drehen, tippen, rang. Nochmal, sieben, acht. Tippen, drehen, tippen, rang. Noch eine. Tippen, drehen, tippen, rang. Tippen, rang. Tippen, drehen, tippen, rang. Okay, jetzt machen wir nochmal vier Tüffel. Sieben, acht. Tippen, drehen, tippen, rang. Tippen, drehen, tippen, rang. Tippen, drehen, rang. Tippen, drehen, tippen, rang. Jetzt machen wir mal zwei Halbe. Sieben, acht. Tippen, drehen, tippen, rang. Tippen, drehen, tippen, rang. Bei der Halbe ist es so, dass man sich quasi so ein bisschen abstoßen kann, nach dem Tippen, für rumzukommen. Dann machen wir Tippen ran, auch wieder gleich tippen, bisschen abstoßen und so. Bei der Vierte braucht man nicht unbedingt, weil man da sehr gut rumkommt. Bei der Halbe ist es schon mal, braucht man schon mal ein bisschen zu. Okay, wir machen noch das Viermal Vierte und dann noch mal Halbe. Tippen, drehen, tippen, ran, tippen, drehen, tippen, ran, tippen, drehen, tippen, ran, tippen, drehen, tippen, ran. Vier Halbe, sieben, acht, tippen, drehen, tippen, ran, tippen, drehen, tippen, ran, tippen, drehen, tippen, ran, tippen, drehen, tippen, ran. Das war dein Montory oder Montory Turn. Viel Spaß. Vielen Dank.